Vor ein paar Tagen habe ich meine Kiwano umgetopft, denn sie wäre fast eingegangen. Fast die kompletten Wurzeln wurden von den Larven der Trauermücke abgefressen. Da die Wurzeln kaum mehr vorhanden sind, kann die Pflanze kaum mehr Wasser und Nährstoffe aufnehmen. Das sieht man gerade bei der. Die Blätter sind ganz schlapp. Und die Trauermücken sind immer noch ein Problem hier im Haus. Da hilft nur noch Zimt. Zimt enthält ein ätherisches Öl und das mögen die Trauermücken nicht. Ich streue es einfach drüber, ganz leicht und dann hoffentlich Bye-Bye-Trauermücke. Jetzt ein paar Tage später haben sich die Pflanzen eigentlich recht gut erholt von der Umtopfaktion. Die hat hier aber allerdings einen UV-Schaden von der Wachstumslampe. Die sieht auch recht gut aus und ist wieder gut angewurzelt. Aber hier, mein Sorgenkind, hat immer noch schlaffe Blätter und sieht ziemlich kaputt aus. Ich hoffe jetzt mal, dass sie sich erholt. Die Trauermückchen sind zwar noch da, aber sie sind deutlich weniger geworden. Das geht zum Beispiel wieder aufbauen. Uma Wichtige